Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Friedrich Altwellers 2000 Zuschauer, ihr seid dabei. Auf dieser Riesenbühne mit uns zusammen. Ein tolles Programm. Wir erarbeiten ein kleines Theaterstück zusammen, spielen Szenen zusammen, die mit ganz vielen Dingen aus dem alltäglichen Leben zu tun haben. Zum Beispiel Familie, Freundschaft, Verantwortung, auch mal über den eigenen Schatten sprechen. Wir haben super Tänzer. Wir haben eine geile Welt für euch. Das alles zusammen auf dieser riesengroßen Bühne im Friedrichshatt. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.